Wir hatten so lange keine LAN-Party mehr. Zeit für noch eine. Hey Basti! Hey Rico! Hey Luca! Hi! Machi! Hallo Marcel! Hallo Marcel! Das ist der Live-Style. Erstmal die Stühle von Vogelscheiße befreien. Nice. So, alte Zuschauer kennen das Prozedere? Wir müssen wieder Tische holen. Abonniert German Let's Play hat kommentiert, als ob mein Kommi in deinem Video ist. Doch, ist das. Krass, oder? Ein Tisch. Yay. Hundi, 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 Hundi. Hundi! 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 Siehst du mich noch? Kannst du noch sehen? So, PC-Check. Mindestwein-Check. Shisha anscheinend auch. Monitor. Shippe. Hey Rico, willst du uns von deiner Verfolgungsjagd erzählen? Eigentlich nicht. Doch schon. Ich hab das mittlerweile eigentlich schon verdrängen. Erzählen Sie uns von ihren krankesten Sexfantasien? Äh, find ich komisch. Ja, ich weiß, dass sie komisch sind. Kommt das online? Nein. Nein. Aber so irgendwelchen Randys aus dem Internet? Randys. Hallo, Randy. Hey, Randy, was geht? Will jemand irgendwas zu Randy sagen? Randy ist das anonyme Sinnbild unserer Zuschauer. Hi, Randy. Hallo, Randy. Abonniere mich. Hey. Fahr weiter damit. Wie lange bist du jetzt? Was wir hier sehen, ist die zweite Challenge des Abends. Die Tische runter tragen, ohne den Putz zu berühren. So, wir haben hier ein Kabel. Ein wunderschönes Leinkabel, das 15 Meter lang ist. Das vom Motor direkt hier in den wunderschönen Keller führt. Und dann hier dann diese wunderschönen Splitter in. So, und hier unten haben wir noch einen Splitter. Dann gleich mit dem anderen Splitter verbunden. Dann haben wir volle 120K Bandbreite. Wir haben eine Pizza bestellt, laufen jetzt vom Rewe und dann laufen wir zurück und holen unsere Pizza. Was war der Erzfeind? Der Erzfeind. Wo ist der Erzfeind? In Deutschland. Wir haben den Erzfeind tatsächlich vorhin gesehen. Der sitzt betrunken im Rewe. Oh mein Gott, Monster ist runter gesetzt. Er ist so glücklich. Ich nehme mir natürlich den Monster. Das ist ein wunderschöner Monster. Ja. Oh, ist das geil. Was zum Fick ist das, Conny? Was zum Fick ist das, Mann? Ich möchte keine Kommerzschwein-Schuhe mehr tragen wie die Nikes. Erzfeinsschuhe. Sie sehen aus wie ein waschechter Gamer. Das ist vor, ihr seid schon nachts in der Gasse und kommt der euch entgegen genauso. Hier, kauft alle Monster Energie. Monster Schokodrink. Monster Schokodrink. Schokodrink und Chips. Monster Chio Chips mit Salz. Und Crunchchips. Und, und, und. Lest das einfach da. Ja, wir sind wieder hier. Wer kennt das noch? Die Location. Jetzt kommt eine Einblendung. Warte, warte, warte. Warte noch, warte noch. Jetzt kommt sie. Hauche der Person dir gegenüber einen Kuss zu. Was würde wohl Mert dazu sagen? Ich bin Mert, ich bin schuhenfeindlich. Okay, das war's. Wir haben uns gesplittet. Wir sind das Team Pizza holen. Und die anderen holen die Mindestpizza von Penny. Wir holen Pizza und die anderen die Mindestpizza. Pizza! Pizza! Haben Sie Pizza? Ich hab Pizza. Sie haben Pizza. Ich hab Pizza. Der hat Pizza. Ich hab Pizza und so viel, als du trinkst. Und noch mehr Pizza. Und Pizza. Das sagt doch einer, man könnte in GTA 5 nicht einen Zug stoppen. Nein. Nicht der Zug, aber eine Frau, um an die Zug ist. Okay? Wir sind Schienen. Ich bin zufrieden. Ja, und weil wir hier in GTA sind. Jetzt müssen wir erstmal essen und alle... Nein, 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 nein. Der fährt um Gott. So, erstmal Battlegrounds im Viererteam. Michael Hirak kommentiert, mach mal wieder LAN-Partys mit Marcel und Basti. Hier sind Marcel und Basti. Und ich hab extra für dich eine LAN-Party mit Marcel und Basti erstellt. Also... Ich mein, das ist ernst. Achso, mit allen drei Marcels, ne? Da haben wir noch Marcel. Da haben wir noch Marcel. Wir sind auf Nummer sicher gegangen. Ja, für den Fall ist einer nicht reich. Aber ohne Scheiß. Basti hat diese LAN-Party organisiert. In seinem Keller. In meinem Keller. Gestern. Gestern und das nackt. Oh, ja. Das kann ich bezeugen. Wollt ihr auch ein Fan was sagen? Ja. Wir lieben Sie. Abonniert mich. Okay, tschüss Marcel. Machen Sie es gut, Sie. Ich bringe ihn um die Ecke. Bitte. Ja bitte. Dann werden wir einen neuen Namen organisieren. Und das nackt. So, wir haben jetzt 23.33 Uhr. Welch wunderschöne Uhrzeit. Und ich würde sagen Zeit für einen GTA heißt. Mit dem hier. Mit dem da. Mit dem da. Mit dem da. So, wir haben 1.10 Uhr. Und ich bin verdammt müde. Weil ich heute um 5 Uhr aufgestanden bin. Ja, das liegt daran. Oh, doch. Deshalb. Darf habe ich den hier. Rico, du hörst deinen Mix der Woche. Ja. Gerade eben war Preußens Gloria. Was nicht schlecht zu Battlefield 1 kommen. Dann kam CL 500. Keine Ahnung. Eigentlich hör ich so Musik nicht. Aber. Hab ich einfach dran gelassen. Und dann. Ja. Und dann kommt jetzt Elektriker von. Ja. Da vorne hatte ich was mit Antriefer. Ja. Oh Mann. Jawoll. Und rechtsradikale Musik hatte ich auch schon drin. Die können sich auch nicht entscheiden. Elektriker. Jetzt kommt der Elektriker. Kann ich mal kurz hören. Schau mal mal. Durch die Kopfhörer. Elektriker. Elektriker. Jawoll. Das höre ich auch immer beim Zocken. Elektriker. Ja. Moin. Ah. Wir haben. 2.17 Uhr. Wir gespülen. Mehr in der Kraft. Und ich glaub doch nicht. FameChaos. Schrieb vor 11 Stunden erst. Kannst du mich mal bei der nächsten LAN-Party grüßen? Hashtag lockeraktiv. Hi. Früher als gedacht, ha? So. Wir haben jetzt fast 4 Uhr morgens. Und ich muss sagen, ich hab meine Down-Phase bereits überwunden. Er hatte eine sehr krasse Down-Phase. Ja, aber ich fühl mich mittlerweile schon wieder wacher. Wie sieht das bei euch aus? Mega nice. Aber ich glaub mit der Mega-Down-Phase hat er auch sehr viel mit ihrer Musik zusammen. Es ist halt echt so. Weil die Musik, die du gehört hast, war viel zu slow. Vielleicht? Ja, ich war im Slow-Mode. So, sie gönnt sich gerade ein Pizza-Sandwich. Schön. So, 6 Uhr 10. Es hat sich noch nicht viel getan. Hier haben wir natürlich Psycho-Andreas. Oder Sascha. Sascha Hüber oder Andreas Hüber. Das wollte ich mir an der Seite zeigen. Charlie. Gönnt sich ein bisschen. Charlie. Du bist auch im Vlog. Sag Hallo. So. Das gelten wir mal. Wir gehen jetzt raus und uns wenig die Beine vertreten. Das wird mal Zeit. Weggie-Pantoffeln sind natürlich immer noch am Start. Wo muss das? Ich muss die mal ein bisschen vorführen. Ich bin halt schon fresh. Das ist ja bedrohlich. So. Wir haben 8.55 Uhr. Ähm. Wir spielen Condor-Strike. Je. Äh. Ich meine lange war. Wir sind jetzt auf die Hälfte geschrumpft. Vier Leute. Basti. Wir haben so wunderschöne Haare. Das ist interessant. Zufälligerweise genau der Tisch ist übrig geblieben. Das ist verrückt. Und der ist einsam und verlassen. Wir haben viel zu viel Pizza. So. Wir haben 10.36 Uhr. Es kommt mir tatsächlich schon sehr viel später vor. Und ähm. Es gibt noch mehr Counter-Strike. Je. Du kannst auf die Window gehen. Ja. Ich würd mich Eier-Card stellen, weil ich jetzt die P90 hab. Ey Basti. Ey Basti. Das ist effektiv. Ja. Ich hab rechts und links ein Ding. Habt ihr App? Schieß zwischen die beiden. Das ist mir okay. Ja. Ja. Wir haben 12.17 Uhr. Ich bin ein Zombie. Ich bin ein bisschen. Ich fühl mich halt nur so, als ob ich schlecht geschlafen hätte. Aber sonst fühl ich mich ganz normal. Ich hab sogar noch ein Energy getrunken. Halt immer ein bisschen Cola. Genau. Ich hab mich, glaub ich, noch nicht so fertig gefühlt. Ähh. Menschen bauen Dinge ab. Das bedeutet Ende. Das ist sehr tragisch, wieder ein Ende gefunden zu haben auf dieser wunderschönen LAN-Party. Ähh. Tschüss. Tschüss. Achja. Und nochmal Hallo an Maffnes. Tschüss. Jахka News. Tschüss. Yourself.